So meine lieben Freunde, jetzt ist die Pokémon Go Kampflieger verfügbar und in diesem Video will ich euch kurz ein bisschen was zeigen. Ich versuche mal einen Kampf zu gewinnen. Wir machen mal hier den normalen, erklimme die Range und stelle dich weltweit zum Kampf um Belohnungen und Ruhm. Nichts wie los, genau. Wir nehmen auf jeden Fall, ich sortiere mal nach Wettkampfpunkten kurz eben, wir nehmen auf jeden Fall meine besten Pokémon mit. Und Lapras ist gut, Roselia ist gut und meinen 100 habe ich zufälligerweise auf 1500, ich weiß nicht ob die Antakten gut sind. Ich habe keinen Plan, ob ich gewinne, aber wir probieren uns mal aus. Lapras und Roselia haben mir immer gut gefallen. Der Rest meiner Pokémon, ihr könnt es ja sehen, sind meistens die legendären Pokémon aus dem Forschungsollspruch, aber die sind ja crap zum Kämpfen. Also von daher, schauen wir mal. Ansonsten könnte man noch hier die Regis mitnehmen, die man während dieser Regi-Stunde gefangen hat oder Regi-Event, wo Regi-Gigas released worden ist. Aber wir probieren es einfach mal. Vielleicht habe ich ja Glück und es funktioniert und klappt. Okay. Sehr wahrscheinlich sind das gleich starke Gegner wie ich. Und so. Ich hoffe, ich habe es schon mal gefunden. Und es geht schnell. Aber mal gucken. Kampf beginnt. Ähm, ja. Am besten sehen wir uns wieder, wenn der Kampf begonnen hat. Sonst muss ich so lange erzählen und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Okay, der Kampf beginnt. Nach langem Suchen. Ich muss nur mal suchen, weil irgendwie die andere Dame rausgegangen ist. Und das ist schon mal für mich ein Vorteil mit diesem Lapras. Aber nein oder auch nicht. Weil ihr seht es ja schon hier. Geowatz hat gegen meine Pokémon auch natürlich wegen den Gesteinssachen einen Vorteil. Weil der wird sehr wahrscheinlich auch seine, sein Dings nehmen. Wie heißt es? Sein Schutzschild nehmen. Aber vielleicht bin ich ja, ich werde erstmal das hier besiegen. Weil ich schneller bin. Und dann werde ich meine Hydro-Pumpe drücken. Weil der wird sehr wahrscheinlich dann sein Schutzschild drücken. Come on. Das ist halt das. Komm. Ich will einfach. Ah, okay. Er drückt kein Schutzschild. Okay. Vielleicht ist die neu und weiß nicht, dass ich eine Hydro-Pumpe kann. Oh, ja. Okay. Er hat Schutzschild gedrückt. Okay. Man muss trotzdem das dann machen. Alles klar. Verstehe. Jetzt bin ich natürlich im Nachteil, ne? Jetzt bin ich natürlich hart im Nachteil. Ja, okay. Das war Pech. Ich müsste dann nachher noch einen Kampf machen. Weil jetzt, seht ihr es ja. Zweimal. Okay. Das sollte ich dann doch ausgewogen. Damit, wenn ein Feuer kommt, bin ich total im Eimer. Dann mache ich dann auch noch einen Kampf mit einem anderen Team. Lapras ist gut. Vielleicht sollte ich Lapras nicht vorne liegen. Weil Roselia, okay. Ihr seht es ja gleich. Normalerweise. Bei den täglichen Kämpfen da mit den, ähm, wie heißen die? Ich weiß gerade nicht. Spark, Claire und Balance. Die sind die gut abgegangen, das ist Roselia. Aber jetzt, keine Chance. Weil ich bin jetzt schon, oh, okay. Flex, der mir wahrscheinlich im Podium. Verloren. Kriege ich denn trotzdem was? Gut gekämpft. Dann probieren wir es direkt nochmal. Also, Lapras ist gut. Das ist klar. Roselia geht auch gut ab. Habt ihr gesehen. Und dann würde ich noch bevorzugt irgendwas gegen Feuer mitnehmen. Ich weiß es nicht gerade. Man sieht ja hier, meine Auswahl ist sehr bescheiden. Vielleicht habe ich ja irgendwas anderes. Ich würde, weil ich könnte ja dann den hier mitnehmen. Oder hier den. Ähm. Weil der ist auch wieder schlecht gegen. Ich müsste dann mal meine Pokémon pushen. Entsprechend vorbereiten. Ähm. Dann nehmen wir das Team, was mir vorgeschlagen worden wird. Und hoffen, dass es funktioniert. Und dass wir gewinnen. Weil wenn wir ein Nachteil sind, dann haben wir halt keine Chance. Und dann suchen wir uns den nächsten Gegner. Und sehen uns dann beim nächsten Gegner wieder. Der Q ist kross. Okay, der Kampf ging jetzt schneller los. Das ist schon mal gut. Was hat der denn hier? Oh shit. Darf ich einmal wechseln? Weil ich glaube, das funktioniert nicht so. Weil sonst, ich bin da im Nachteil. Ich muss mit Roselia. Okay. Leaden. Ich verliere irgendwie hart. Ich will wenigstens einen Kampf gewinnen. Auch wenn das Video dann ein bisschen länger geht. Aber einen Kampf will ich gewinnen. Okay, hier sieht es schon. Okay, Angriff ist gestiegen. Aber ihr seht ja schon, wie ordentlich Roselia. Roselia reinknallt. Der wechselt aus. Ich weiß aber schon. Junger Mann. Ich kann... Äh... Habe ich die jetzt besiegt? Nein, habe ich jetzt nicht. Doch, einen Pokémon habe ich besiegt. Aber welches? Ihr seht ja schon hier. Roselia ist super gut. Roselia geht gut ab. Aber Raichu macht mir wieder Sorgen. Ich muss irgendwie gucken. Und Lucario down kriegen. Ich weiß nicht, welches habe ich besiegt. Ah, das war klar. Jetzt kommen natürlich die Gegner. Ich habe danach kein Schutzschild mehr. Ich muss auf jeden Fall dann mal gucken, dass ich ein paar Pokémon mit guten Weltkampfpunkten gepusht kriege für die Kämpfe, dass ich ein ausgewogenes Team habe. Wir machen erstmal Zapdos. Und setzen Lapras ans Ende der Nahrungskette. Ja, okay, Gegner, ich habe keinen Schutzschild mehr. Knallt natürlich ordentlich rein, sehr wahrscheinlich. Wenn ich Pech habe. Ah, nur Durch... Okay, Durchbruch ist okay. Lass es machen. Dann kackst du deine gleichständige Antacke. Aber es kann sein, dass ich hier gegen den Gegner hier gewinne. Und jetzt Lucario einmal Donner. Aber ich glaube, der hat noch... Oh, keine Schutzschilde mehr. Hä? Achso, ich habe keine mehr. Steigerungssieb, okay. Ich weiß nicht, ob der noch Schutzschild hat. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ja, so läuft ungefähr die Battle-Liga. Aber ich werde das natürlich auch nicht jeden Kampf machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie mit meinem Handy irgendwie ein Livestream machen könnte, theoretisch. Müssten wir mal schauen. Auf jeden Fall haben wir den Gegner besiegt und gewonnen. Du hast gewonnen. Wunderbar. Das heißt, wir steigen erstmal in der Medaille. Ich habe halt nicht so viel gekämpft. Und dann schauen wir mal. Achso, man muss rausgehen, um... Um es zu schaffen. Und ja, ich kriege schon mal hier Sternenstaub. Aber das Problem ist... Ihr seht es ja hier, Leute. Ich müsste noch... Alle Kämpfe jetzt gewinnen. Die nächsten drei. Damit ich die Pokémon-Begegnung bekomme. Aber... Wir können noch einen Kampf machen. Ich glaube, das Video geht noch nicht so lange. Ich prüfe mal kurz. Einen Kampf können wir noch machen. Ich bin angefixt. Ich will es schaffen. Ich muss mein Team ein bisschen bessern. Aber wir fangen jetzt mal so an. Vielleicht... Weil wir Lapras nicht gebraucht haben. Eben. Ist es vielleicht unsere Geheimwaffe. Wir müssen mal gucken, was der Gegner leadet. Man darf ja tauschen und wechseln. Und dann schauen wir mal. Also ich muss rausgehen, um damit es nicht aktualisiert... Okay, wieso kämpft ihr mit so einem Pokémon? Wenn ich nur einfache Gegner-Comic ist, ist gut für mich. Komm. Ihr seht es ja schon. Roselia teilt ordentlich aus. Hält aber im Moment nicht viel aus. Klar, ich könnte es entwickeln. Aber da sind die Wettkampfpunkte nicht mehr perfekt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man einen Pokémon besiegt, dann ist man schon, wenn man noch ein volles Pokémon hat, gut im Vorteil. Aber mal schauen, was der noch hat. Was der uns noch liefern kann. Okay, das ist irgendein Trolltyp. Sehr wahrscheinlich habe ich einen Trolltyp erwischt. Hm. Dann schauen wir mal. Wie gesagt, das ist nicht mein bestes Team, aber ich weiß halt, welche Puppen ungefähr im PvP gut sind und welche nicht. Deswegen. Schauen wir mal einfach mal. Komm on, bitte, 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 macht den noch wenigstens down. Kein Schutzschild mehr, schade. Dann ahne ich zapp das mit und dann passt das schon. Und jetzt hat er bestimmt, guck mal da, oder? War das nächste Nageltier. Guck mal da. Ich kann es euch nicht sagen. Nicht da drauf, komm on, oh nein. Was hat der denn für einen Tag? Ich habe eben noch nicht darauf geachtet. Durchbruch, okay, Durchbruch ist nicht so effektiv, aber sehr gut gegen Lapras halt, ne? Ja, so welche Gegner wünsche ich mir halt immer. Das ist nämlich gut. Dann können wir nämlich noch einen Kampf gleich austragen. Tauras, okay, hat kein Nageltier Tauras mitgenommen. Tauras ist stark, glaube ich, in PvP. Ja, weil ich möchte ja gerne, wie soll ich das noch sagen, den Kampf gewinnen, weil ich will die Pokémon-Belohnung haben. Komm, drück den Donner nochmal, drück immer noch den Donner. Jetzt müsste ich nämlich auch kein Schutzschild mehr haben. Und dann ist das, ah, fuck, einen Blitz habe ich vergessen. Komm, aber trotzdem, nur großartig. Aber wir haben ja noch Lapras. Brauchen wir gar nicht mehr, weil Tauras ist besiegt durch Donner. Bye, besiegt. Gut, dann sollte man noch den Kampf machen. Das läuft ja gerade. Und ich glaube, danach muss man 5 Kilometer laufen. Wenn ich mich informiert bin, 5 Kämpfe, 5 Kilometer laufen für die nächsten Kämpfe. Genau, kämpfen. Das ist ja nur blöd, dass man immer rauslaufen muss zum Aktualisieren. Ich weiß, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer bestes Team ist. Und gerne, wenn es euch gefällt, natürlich gerne einen Like da lassen, gerne kommentieren. Und dann suchen wir uns mal den nächsten Gegner, hoffentlich finden wir jetzt einen schnell. Und dann schauen wir mal. Und da ist der Gegner auch schon gefunden. Was hat er denn Schönes? Ah, das ist gut, da bin ich im Vorteil. Gegen Bojolin, aber außer der kann Eis antacken. Okay, das knallt natürlich ordentlich rein mit Roselia. Ja, und dann schauen wir mal. Solange kein Feuerpunkt man bekommt, habe ich halt den Vorteil. Okay, Zapdos. Guck mal, selbst gegen Zapdos macht er ordentlich damit. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zapdos ist. Und dann Schutzschild. Wobei ja, gegen Zapdos ist das ja komplett schlecht Pflanze. Aber es macht trotzdem mega viel Schaden. Okay, ist auch sehr wahrscheinlich ein Zapdos aus dem Forschungsdurchbruch, so wie es aussieht. Ich glaube, der wird jetzt kein Schutzschild mehr einsetzen. Der wird jetzt nicht verbraten. Aber ja, wir schauen mal. Das heißt, wir können doch noch den Kampf gewinnen. Okay. Ich habe eine Fehnattacke gegen das Pokémon, aber der wird sehr wahrscheinlich sein Schutzschild einsetzen. Danach werden wir natürlich auf Lapras wechseln, weil es sehr effektiv ist. Ich darf ja auswählen, sehr wahrscheinlich. Genau, Lapras einwechseln. Come on. Dann Zapdos. Ja, es könnte knapp werden. Trotzdem, dass er ein Legendärs benutzt. Ich mache natürlich aus Sicherheit mal das Schutzschild. Und dann haben wir diesen Kampf auch gewonnen. Ist gut. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung reinschreiben, wie ihr das Feature findet. Ich werde auf jeden Fall noch den nächsten Kampf auch durchführen, weil ich will die Puppenbelohnung abholen und euch zeigen, was da rauskommt. Ich weiß nicht, ob die für alle gleich ist. Ich bin noch nicht informiert, weil es ja gerade erst frisch neu ist. Aber wir gucken mal, was wir rauskriegen. Ich vermute ja, dass wir, wenn ich hier mein Team mal kurz zusammenstelle, weil es für alle sehr wahrscheinlich gleich sein soll, wir kriegen das Wrestling Pikachu. Ich habe keine Ahnung, wir suchen mal den Gegner, hoffen wir finden ihn und dann schauen wir mal, was da so abgeht. So, dann haben wir den nächsten Gegner gefunden und dann sehen wir uns im Kampf. Okay, das ging wieder schnell. Da ist schon der Kampf und dann gucken wir mal. Uh, Tyrakrok, okay. Ist es gut mit Roselia, weil außer er kann Eisern tacken, dann knallt er natürlich ordentlich rein, aber er wechselt natürlich. Lucario, okay, Lucario ist natürlich stark. Ich wechsle natürlich auch, weil ich will meinen Roselia ja nicht unnötig schaden, weil wir haben einen Tyrakrok und das braucht mir dagegen, weil du, wenn du wechselst, junger Mann, kann ich auch wechseln. Spukball, okay. Interessante Kombi. Vielleicht sollte ich auch mal eins meiner Rioulos entwickeln für die Liga. Ich glaube, Lucario ist gut. Ähm. Machen wir so. Ich hätte jetzt auch Donnern setzen können, aber nein. Wir schauen mal, ich setze gleich beim nächsten Donnern an, der wird ja da wirklich nicht eh ein Schutzschild machen. Come on. Ich glaube, der macht eh Schutzschild, aber man muss sich hier, man weiß es halt nicht, hier anstrengen, beim ersten Mal, dass man einfach fabelhaft tritt. Auch wenn das jetzt hier gerade komplett schlecht war, ja, war klar. So, dann knallen wir nochmal den Donnern raus. Junger Mann. Ich weiß nicht, ob das immer ein Mann oder eine Frau ist, man kann ja auch manchmal sich einen weiblichen Charakter nehmen, obwohl man männlich ist. Da ist er schon besser, einfach fabelhaft. Und dann, ähm, nehmen wir nochmal Roselia mit. Gucken mal und dann. Ich habe keine Schilder mehr, shit. Ich glaube, den letzten Kampf vermasseln wir. Danach hole ich auch die Belohnung ab, zeige euch die noch. Iceeep, ja. Komplett lost. Gerade. Come on. Ja, das ist blöd. Ich muss irgendwie die Hydro-Pumpe rausgedrückt kriegen. Aber zum Glück ist Lapras auch relativ schnell. Ich weiß nicht, was der letzte Pokémon ist. Okay, shit. Ganz knapp an der Pokémon gegeben vorbei. Ich weiß nicht, ob man danach nochmal laufen muss oder kämpfen kann. Das werden wir gleich sehen. Aber zum Glück ist nicht sehr fiktiv. Und dann können wir ja gegen das nächste. Ich weiß nicht, ob der noch einen Schutzschild hat. Hydro-Pumpe einsetzen. Ah, Dioxus. Dioxus ist schlecht. Okay, da habe ich Glück gehabt, dass er Dioxus mitgenommen hat. Ich weiß nicht, warum man Dioxus mitnimmt. Dioxus ist für PvP auf jeden Fall mega schlecht als Empfehlung. Nimmt's nicht mit. Und zack. Haben wir doch noch gut gewonnen. Sehr schön. Und dann holen wir uns die Belohnung ab. Leider ist das blöd. Das ist ein Pakt, das man immer rausgeben muss, um sie abzurufen. Auf jeden Fall. Vier Kämpfe gewonnen. Das heißt, die Pokémon-Wirgung ist Abschluss des Videos. Dann können wir einmal hier irgendwelche Bären. Ne, ist eine Ladetherm. Oder Sofort-Therm. Könnte ich jetzt nicht erkennen. Ich stehe da oben dran. Ladetherm. Sonder-Bum-Bum. Und die Pokémon-Wirgung. Relaxo. Ui. Mache ich nicht mehr so viel Hyperwelle ab, wäre ich natürlich die silberne. Oh, ich habe noch einen Hyperwelle. Okay, weil ich den ja mit Superwelle gefangen habe. Eben das Lapras im Forschungsdurchbruch. Das Video werdet ihr aber erst morgen sehen, weil das Video ist aktueller. Das kommt dann da raus. Und dann kommt ausnahmsweise mal der Forschungsdurchbruch an einem Freitag. Wir probieren es nochmal. Ansonsten muss ich halt die Goldene werfen. Genau. So, dann gucken wir mal, ob Galaxo drin bleibt. Ist okay. Ich dachte zwar, wir kriegen das Pikachu. Aber passt schon. Ja. Ja, ja. Macht ja nichts. Ich werfe natürlich jetzt alle Bälle. Ich will, dass Galaxo drin bleibt. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Ich weiß nicht, ob da noch was passiert, ob ich laufen muss oder nicht. Das werde ich euch natürlich zeigen. Und ja. Es bleibt nicht drin. Es bleibt verflixt nochmal nicht drin. Gemeine Galaxo. Einfach fabelhaft. Goldene Bäre. Natürlich leider nur Pokéball, weil ich keinen anderen Ball mehr habe. Aber okay. Ich kann es mir erlauben. Und. Sehr schön. Galaxo wurde gefangen. Warum nicht gleich so Galaxo? Gut. Dann gucken wir nochmal die Bewertung an. Ob das gut ist oder ob es verschickt werden kann. Weil Galaxo ist jetzt nichts krasses. Ne, zwei Sterne. Ah, wir können auch Rangbelohnungen abholen. Okay. Das heißt, ich bin jetzt im Rang gestiegen. Und das heißt, beim nächsten Mal kämpfe ich gegen welche, die besser sind. 2000 Sternen Staub. Genau. Lauf um deinen nächsten Go-Kampfmatches freizuschalten. 5 Kilometer. Genau. Dann würde ich sagen, beenden wir das Video. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020